Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück hier am Kartentisch. Meine Herren, wir werden in dieser Folge die Technologie behandeln, würde ich sagen. Das macht durchaus Sinn, das vor der Produktion zu machen. Jetzt will ich gerade mal gucken, wir haben hier noch ein Häkchen offen. Ah ja, der Black Eyes Game Guide, der Basti wollte das Offscreen machen, hat er nicht gemacht. Ja, man hat halt auch noch andere Sachen zu tun, aber dann kommt das direkt wieder auf die To-Do-Liste nach dieser Aufnahme. Your Custom Leader, Battle Commander, Rebuild Deployed und Capital City. Let's get ready. Okay. Ist der jetzt hier deployed? Ja? Ja. Juhu. Kann ich mir jetzt auch ein Foto aussuchen hier? Skill Up. Naja, jetzt will ich natürlich nicht hier irgendwelche krassen Typen blockieren, ne? Obwohl, das macht ja auch keinen Sinn. Wenn wir schon Rollenspiel machen, dann machen wir es doch richtig. Ja, die von der Marina sind hier gar nicht zu sehen, ne? Naja, dann lassen wir das eben. Ist halt so ein bisschen sinnbefreit dann, ne? Na gut. Technologie hatten wir gesagt. Okay. Wir wissen jetzt noch gar nicht, wie viel wir forschen können und was wir überhaupt forschen können. Das schauen wir uns in dieser Folge mal gemeinsam an. Wir fangen direkt bei den Nationen noch an. Wir gehen das einfach hier alles mal durch. Gerne auch hier wieder eure Ideen oder vielleicht, wie macht ihr es? Was fahrt ihr für Strategien? Wir brauchen natürlich irgendwie eine Globalstrategie oder eine Vorstellung, in welche Richtung Großdeutschland sich jetzt hier entwickeln soll. Und damit meine ich jetzt nicht geografisch, sondern technologisch. in dem letzten Let's Play hatte ich ja gesagt, ich forsche auch in der Marine aus Prestigegründen. Jetzt weiß ich aber, dass die Bismarck und die Tippets per Event quasi gespawnt werden. Wir gucken uns auch mal die Capital Ships hier an. Ship Armored Technologies. Ist halt ziemlich gut, ne? Das ist halt ziemlich gut. Hier haben wir nochmal Capital Ship. Was ist das? Reverse. Okay. Das ist quasi auf der Höhe der Zeit. Dual Purpose Guns. Einmal eben gucken. Designed to allow ships to be more flexible when engaging enemy shipmen and planes having one gun that can do both jobs, save space and wait, which opens additional options for installing extra armor. Okay. Das hört sich natürlich irgendwie ziemlich cool an. Also was mal klar ist, dass wir die U-Boot-Waffe auf Cap halten. Das können wir eigentlich direkt mal machen. Nein, wir fangen vorne an, Leute. Bringt ja nichts. Dennoch muss man diese Überlegungen ja anstellen. Also Prestige-Schiffe hätten wir dann mit der Bismarck, der Tirpitz, auch die Gneisenau, Schadenhorst laufen natürlich bei uns hier vom Stapel. Aber ich würde, glaube ich, die Ressourcen, also die wissenschaftlichen Ressourcen hier eher woanders hin fokussieren. Basic Education Investment Leadership ist ganz klar ganz weit oben hier auf der Prioritätenliste. Und ich werde hier auch schon mal das hier ganz schön runterfahren. Ich würde es erstmal hier auf zwei Diplomacy machen für den Anfang. Wir haben ja noch ein paar Briefumschläge hier in der Hinterhand. Die Officers müssen wir mal gucken, wie sich es entwickelt. So, ja, machen wir mal 8,5. Ist doch ganz gut. Und die Spionage würde ich dann hier auch mal, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist Officers müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen hoch machen. Und wahrscheinlich müssen wir das auch noch ein bisschen hoch machen. Wir gehen mal auf 4. Wir müssen Österreich heim ins Reich holen. Ich hoffe, hier fühlt sich jetzt kein Österreicher auf dem Schlips getreten. Genau, so lassen wir das erstmal. Dann haben wir quasi 34 Technologien, die wir erforschen können parallel. So, dann gucken wir mal weiter. Metal Production geht da runter. Rare Materials Production. Energy Production geht runter. Wir bekommen hier aber weiter industrielle Kapazität spendiert. Was haben wir denn hier? Rare Metals. Okay, also wir haben auf jeden Fall Metal, haben wir auf jeden Fall einen krassen Überschuss. Das ist Energy. Energy, also Kohle-Symbol hier. Das ist, glaube ich, im Vanilla Game Blitz oder sowas, ne? Supplies. Crude Oil. Also das können wir durchaus machen. Müssen wir dann, wenn wir die Produktion dann in der nächsten Folge machen. Und hier kriegen wir nochmal. Allerdings geht die Research Efficiency um 1% runter. Manpower geht runter. Manpower geht runter. Manpower geht hoch. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, es gibt auch nochmal Forschung. Also wir müssen jetzt gucken, dass wir die Forschung nach vorne bringen, dass wir nicht nur überlegen sind, sondern auch noch überlegen bleiben. Das ist alles auf Cap. Hier haben wir Steel Armor Casting. Steel Casting as a Manifest General Process by which Molten Steel is... Also das bringt uns einfach hier Research to Increase Mechanical Engineering. Construction Practical. Okay. Und ich vermute mal, das bringt uns dann hier weiter. Ne. Hier. Ne. Ne. Bringt uns aber hier bei Construction bringt uns das weiter. Ne, hier waren wir doch eben, oder? Ist das doof? Ne, wir waren hier. Construction bringt uns das weiter. Ne, das ist ja das, was wir brauchen. Genau, Speed Buyer Dings. Construction will Research with Temporal Sentiment. Okay. Brauchen wir das? Ich will es erstmal weglassen. Anels of Belt Armor for Modern Ship Recurs, a proper heavy machinery knowledge and planning. Heavy armor forging. Plus eins. Aber sowas bringt ja auch plus eins, ne. Macht ihr sowas hier bei eurem, bei eurem Spiel? Also das könnt ihr, glaube ich, auch, wenn ihr, falls ihr jetzt nur Vanilla spielt oder so, ist es ja auch relevant. Also es gibt ja so, so Forschungsdinger, die bringen nichts anderes als eben die kommende Forschung zu verbessern. Würde mich mal interessieren, wie ihr das so handelt. Und daher lassen wir es jetzt nochmal öffnen. Und Radius. Combat Efficiency, Delay Between, ja, ja, voll wichtig, auf jeden Fall. Also das sind so Sachen, die müssen wir auf Cap halten, ne. Kommunikation ist wohl das Wichtigste im Gefecht, ne. Oder generell im Krieg. Muss ein bisschen meinen Hund im Blick haben. Der hat sich hier ganz goldig zu mir gelegt. Aber das ist hier nicht über ihn rüberrollen mit meinem Schreibtischstuhl. So, Industrie. Da gehen nochmal unsere ICs hoch. New Industrial Zone. If we research this technology, we can place an Industrial Zone in a new era. This will allow factories to be built there via the national focus option. Okay. Interessant. Ja, dann, hoppala, auf geht's. Und hier, ja, genau so. Zack. Okay, Road Network. Supply, Throughput, Combat Reinforcements, Chance. Das ist natürlich wichtig. Die Frage, ist es jetzt schon wichtig? Auch da gerne mal eure Meinung. Es ist im Early Game wichtig, hier diese Infrastrukturen, oder boosten wir die lieber dann, wenn sie gebraucht werden? Und sparen uns diese Forschungsplätze hier für Projekte, die im Bau quasi lange brauchen und dadurch halt früh beginnen müssen. Also gerne mal da eure Herangehensweisen posten. Also Input, 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 Leute. Das ist auf jeden Fall wichtig. Gebirgsjäger. Da verbessern wir uns gleichzeitig hier in Land, hier Infantry, aber, ne, doch, ja. Infantry, Infantry Theorie, Infantry Praktisch. Ist es so, ne, dass wir, wenn wir dann die Visionen auch ausheben, dass wir hier Praxiserfahrung sammeln und dann hilft uns das bei der Erforschung so einer Technologie. Oder kommt das sogar von Kampferfahrung? Bin ich mir jetzt gerade auch nicht mehr so sicher. Die Standard Infanterie wird selbstverfreilich auf Cap gehalten. Dann haben wir Truck and Prime Mover Reliability. Die Zuverlässigkeit unserer Infanteriedivisionen Mod. Das finde ich nach wie vor, irgendwas hat da jetzt geknackt bei mir. Das finde ich nach wie vor sehr, sehr interessant, dass die damals, ja, in den 30er, 40er Jahren mit diesen LKW, die sie damals hatten, nach Russland gefahren sind. Und das ist doch irgendwie crazy, oder? Also ich glaube, da hätten moderne Fahrzeuge auf diesen Schlammpisten Probleme gehabt. Und ich finde das wirklich, wenn sie da mit ihrem Opel Blitz LKW dann da durch den Schlamm tuckern, das ist schon ganz schön beeindruckend. Body Armour Technologies, das ist ja auch interessant, ne. Da geht die Geschwindigkeit runter. Max Speed geht da um 0,5 kmh runter. Tja, auch da mal, ja, eure Gedanken. Am besten, wenn ich, ich stelle ja so viele Fragen, am besten verlinkt ihr das eben mal mit Timecode oder so. Das auf jeden Fall kam Fleischdesigns, da waren die Deutschen ja auch Weltklasse. Wenn man sich mal überlegt, wie modern nicht nur der Stahlhelm damals war, sondern auch, also von der Form jetzt her, ne, wenn man euch mal neumodische Kevlar-Helme anguckt, die sehen doch diesen Wehrmacht-Stahlhelm erstaunlich ähnlich. Auch die Tarnungen waren sehr modern, ne. Improved, also das brauchen wir auf jeden Fall auch. Brauchen wir das jetzt schon? Würde ich doch sagen, wir sind ein Unrechtsstaat, Unterdrückungsstaat. Darauf basiert ja letzten Endes unsere Macht, ne. Aber das ist doch mal interessant. Also tun wir da, ne, also Moral geht halt auch hoch. Mal gucken, wie schnell ist denn, beziehungsweise wie langsam ist denn so eine Infanteriedivision? Wo ist das denn? Ist das die Geschwindigkeit, ja? Die maximale. Das ist natürlich dann schon krass, ne. Also vier Kilometer pro Stunde. Jetzt brummt hier mein Hund, der beschwert sich, dass ich hier so laute rede. Das ist mal ganz geil, dass ich irgendwie so laut bin oder meine Freundin irgendwie laut ist und er will pennen, dann macht er immer so... Das ist ein Haufen Holz, ne. Wir sind hier bei über 10 Prozent. Und als Blitzkriegs... Da wollte ich nicht drauf, Entschuldigung. Also das lasse ich nochmal offen. Da mal in die Kommentare. Lohnt sich das vielleicht trotzdem? Sind wir ein bisschen langsamer? Aber dafür, ja, kriegen wir halt eigentlich recht viel Moral dazu, halt, ja. Aber wir werden halt nicht viele motorisierte Einheiten auch haben, ne. Also der Kern des deutschen Heeres war nun mal übelst veraltet. Die Nazis haben es ja wirklich geschafft, bis heute einen Mythos in die Welt zu setzen und bis heute aufrecht zu erhalten, dass die Wehrmacht eine moderne Armee war. Das weiß ich überhaupt nicht. In der Speerspitze hatte sie hochmoderne Truppen. Aber das Gro der Armee, also wirklich das ganz, ganz große... Ja, die große Masse des Heeres war eigentlich wie zu Kaisers Zeiten unterwegs. Und ich habe mal eine Dokumentation gesehen. Da hat ein Offizier, ein deutscher Offizier, der hat dann in der Gefangenschaft mit einem Amerikaner gesprochen. Also er, der Deutsche war in amerikanischer Gefangenschaft. Und der Armee konnte das gar nicht glauben, ne, dass die Pferde vor ihre Kanonen gespannt haben. Das war für einen Amerikaner war das unvorstellbar, dass man Pferde dafür nimmt. Ich glaube, die Amis hatten überhaupt keine Pferde mit. Das war alles motorisiert. Aber da hat er halt auch gesagt, so ja, wenn du keinen Sprit hast, was willst du machen, ne? Okay, jetzt sind wir bei Artillerie. Ja, da würde ich doch einfach... Da nehmen wir natürlich alles mit. Das würde ich auch auf Cap halten. Wie viel haben wir jetzt? 16. Oh, da ist ja noch Luft. Aber wir sind halt auch schon relativ weit, aber trotzdem. Also diese, also jetzt hier vor allem die Landforce, das ist total wichtig. Anti-Air-Ammunition würde ich jetzt nochmal offen lassen. Artillerie. Brigades. Achso, okay. Ja, ja, klar, natürlich. Ist denn sowas hier, ist das jetzt dazugekommen, durch meine Entscheidungen oder was, die ich da getroffen habe, mit denen mixt und motorisiert? Das habe ich irgendwie immer noch nicht so ganz begriffen. So, Chassis natürlich auch. Alles, was hier mit Panzern zu tun hat, halten wir auf Cap. Was ist das? Wielded Plate Armor, ja klar, machen wir. Anti-Tank. Short Barrel Tank Gun, ja. Aber ersetzt es dann irgendwas? Toughness, da geht auch die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Aber das ist jetzt so ein Geschwindigkeitsverlust, damit kann ich irgendwie leben, ne? Aber über 10% bei einer Infanteriedivision, die ja nun eh schon nicht schnell ist. Also ich glaube, dann brauchen wir dann einfach einen Großteil an Infanteriedivision Mod. Dann kommt man auch irgendwie trotzdem noch ganz gut vorwärts, ne? Small Calibre Tank Cannon. Jo. Monroe Effect, was ist das? This technology first used in mining im 19. Jahrhundert was introduced to various armies in the late. Und what bringt das? Okay. Also werde ich jetzt nicht schlaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. To produce better armor, piercing, ammunition, better. More dense alloys are required. In mining? Wie ist denn mining? Ich verstehe es nicht. Ist das... Was ist das denn für ein Bild? Ach, das sind Minen. Also nicht Tretminen, sondern... Was sie im Ersten Weltkrieg benutzt haben. Da gibt es ja dieses ganz, ganz berühmte Bild, was oftmals in so komischen, also schlechten Dokumentationen als Bombeneinschlag gezeigt wird. Das ist aber eine Mine, die da explodiert. Und das ist also eine gigantische Explosion. Da haben sie halt einen Tunnel gegraben unter deutsche Stellung im Ersten Weltkrieg an der Westfront. Und haben halt einfach tagelang TNT halt irgendwie in Kisten da in der Mine halt unterirdisch deponiert, um das dann zu zünden. Aber das erforschen wir hier. Antitank... Ich vermute mal High Density. Genau, da brauchen wir das. Die Frage ist, wofür braucht man das Monroe-Effekt, ne? Da. High Explosive Antitank. Okay. Naja, dann. Aber das ist E38. Das ist noch Zukunftsmusik. Special Forces. Ja, 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 ja. Das geht auch dann recht schnell. Das ist doch gut. 37. Mountain Warfare Equipment. Prinzipiell ja. Ich frage jetzt, wo brauchen wir die, ne? Also, erst im Osten zum Beispiel, also an der Ostfront bräuchten wir die frühestens bei der Operation Blau, wenn wir den Kaukasus erobern. So war das damals auch, ne? Das war der erste Einsatz vieler gebirgsiger Divisionen in ihrem natürlichen Biom sozusagen, ne? Also, vorher waren die einfach als normale Infanterie-Division eingesetzt. Allerdings bringt aber Attrition, geht da runter. Mountains, Mountains. Infanterie, Mountains, Attrition. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt generell die Attrition runtergeht oder nur in Gebirgen dann, ne? Ja, ich würde es nochmal offen lassen, auch da kann mein Generalstab gerne was dazu sagen. Paratrooper. Wir brauchen das halt noch für irgendwas, ne? So, das haben wir alles. So, Luftwaffe auch ganz, ganz wichtig. Naja, also so langsam. Ich würde auch jetzt nochmal eine Frage an euch, es wird ganz schön viel, ne? Aber, naja. Soll ja auch ein bisschen lebhafte Diskussion hier in den Kommentaren sein. Über sowas freue ich mich immer sehr. Das brauchen wir natürlich für unsere Luftlandetruppen in der Theorie. Ich weiß gar nicht, hatten die deutschen Gleiter dann, oder haben die das alles mit der Ju eingeflogen? Ich glaube, das war eher so ein alliiertes Ding, ne? Also auf jeden Fall ziehen wir hier die Jagdwaffe auf Cap. Das ist für mich auch, hat eine ganz hohe Priorität. Twin Engine, das gibt aber auch hier, oh ne, das sind zwei verschiedene Haltzinger-Engineen. Das ist tatsächlich hier. Aeronautical Engineering bei Plus 1, das ist das Gleiche, ne? Genau. Okay. So. Prototypes. Close Air Support Prototype auf jeden Fall. Das müsste ja dann irgendwie so Richtung Stuka gehen. Genau, Close Air Support, das ist bei einer Cancel gemacht. Fighter Bomber Prototype, da müssten wir dann die Focke-Wulf bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Die Focke-Wulf, die FW 190, hat dann an der Ostfront später die Stuka quasi abgelöst. Carrier Aircraft Prototype, nee. Wir sind schon bei 8, das wird langsam eng. Full Engine Assault Gliders, Full Engine Aircraft, Twin Engine Aircraft. Das lassen wir dann da gerade an Expertise, nämlich nicht so hoch. Ich lasse das jetzt mal so. Okay. Bomben würde ich auch nochmal lassen. Avionic Systems. So, Submarine. Da müssen wir leider reinbuttern. Da gucken wir auch gar nicht auf dem MAG. Submarine, Anti-Air. Ist eigentlich Blödsinn. Also, ich weiß nicht, ob das nicht ein Holzweg war, auf dem die Deutsche Marine damals war. Mit den, klar, dass die Alliierten dann die Luftüberlegenheit über dem Atlantik weiter ausgebaut haben, muss man natürlich irgendwie gegensteuern. Ob nicht vielleicht Langstreckenjäger dann das bessere Mittel gewesen sind. Gut, die mussten natürlich auch irgendwo entwickeln und bauen und so weiter. Aber die Besatzung, da dann den Vierlingsflag auf den Turm oder sogar zwei Vierlingsflaggeschütze auf den Turm zu kleben und sagen, naja, dann schießt doch die Flugzeuge halt ab. Es ist a, selbstmörderisch und b, reduziert das ja auch unheimlich die Überlebenschancen unter Wasser, einfach weil man Geschwindigkeit verliert. Und unter Wasser waren die eh nie schnell. Wie das dann bei dem U-Boot der Klasse 21 oder so, was dann schon so ein richtig modernes U-Boot auch war. Da waren die Flaggeschütze dann ja in den Stromlinien Schiffsrumpf mit eingebaut. Das macht dann Sinn. Aber auf die Typ 7 und Typ 9 Boote und so, da, das lassen wir erstmal weg. Da, das ist total wichtig. Flugschiffflotillas, um nach Ostmoreisen zu gehen. Finde ich, hat mir den Besatzungen keinen Gefallen getan. Okay, also das würde ich hier auch nochmal zur Diskussion stellen. Haben wir denn da überhaupt noch Zeit, drüber zu diskutieren? Wir machen nochmal weiter. Ich weiß, wir sind jetzt schon drüber. So. Obwohl das auch alles nicht zeitkritisch ist. Die Doktrinen können wir auch, also da sind, also die Doktrinen brauchen wir nicht, um welche Sachen zu bauen oder so. Das sind einfach mal Buffs sozusagen oder schaltet andere Doktrinen. Also da würde ich mich nochmal ein bisschen entspannen. Auch sowas hier, das wird halt nicht im Schiff verbaut. Training, Pilotentraining und so. Also das können wir auch nächstes Jahr noch angehen. Das ist, wie gesagt, hier dieses Ding, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, wie das funktioniert, ne. Also das spawnt halt hier einen HQ-Mod. Nur sieht es dann immer so komisch aus. Also das hat dann nicht dieses Symbol hier. Weiß ich nicht, ob man das hier dann irgendwie hinkriegen kann. Auch da gerne in die Kommentare mit den Infos, falls ihr seht. Wir haben jetzt zufälligerweise 34, ne. 34 Technologien. Von daher. Ich gehe trotzdem jetzt nochmal die Schiffstechnologien durch. Um mal zu gucken, welche Technologien haben wir denn jetzt. Also was können wir akut schon bauen oder wo forschen wir besser nochmal und legen die dann auf Kiel. Also Anti-Air sind wir auf Cap. Da sind wir nicht auf Cap und nicht mal auf der Höhe der Zeit. Heavy Cruiser Armament. Also bevor ich einen schweren Kreuzer baue, würde ich tatsächlich hier nochmal forschen, da Schiffe auch lange brauchen. Wir machen gleich nochmal Bestandsaufnahme von unseren Schiffen. Da könnten wir fast, also das U-Boot-Programm vielleicht sogar nach hinten schieben. Einfach weil U-Boote viel schneller, viel schneller gebaut werden. Das machen wir tatsächlich mal. Submarine. Jetzt haben wir nämlich sechs Forschungsplätze. Und jetzt gucken wir uns mal unsere Flotte an. So, expand all. Und dazu werden wir hier nochmal ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Dann machen wir das hier alles mal zu, 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 zu oder einfach so zu und so zu. Hilfskreuzer. Ja, das geht schon bedeutend besser. Haben wir hier noch mehr Schiffe irgendwo? Ja. I love this order of battle. Das ist die beste order of battle, die jemals in einem Strategiespiel existiert hat. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich wüsste aber tatsächlich nichts Besseres. So, jetzt haben wir wirklich alle... Das ist Luftwaffe. Hier ist die Marina. Hoppala. Ja, genau. Jetzt haben wir nämlich alle Schiffe hier offen. So. Oder können wir nicht sogar hier irgendwie uns mal eine Liste angucken? Neville Map Mode. Wie sieht das aus? Ah, okay, das sind ja Map Modes. Das ist Menü, ne? So. Military. Tatsächlich, ähm, das sind unsere ganzen Schiffe, ne? Ships. Ah ja, doch. Planes, Brigades. Ah, alles klar. Ne, das ist doch super. Dann gucken wir mal. Aber letzten Endes ist die andere Ansicht vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Ja, okay. So, wie heißt du? Kriegsmarine. Das ist natürlich ein toller Name. Finde ich aber nicht so cool. Stationierte mit einem Sarfen. Das ist halt Kreuzergeschwader. Das ist das erste Kreuzergeschwader. Kommandant, Kommandeur, entschuldigt bitte. Ernst Albrecht. Was ist das hier? Na, warum sehe ich hier nichts? Das ist bestimmt so Versorgungsgedöns, ne? Aber ich, warte, jetzt, ne? Also ein bisschen fummelig. Aber man sieht nichts. Okay. Ähm, ich würde Salwächter nehmen. German General. Okay. Puller Merit. Ford Defense. Okay. So. Wollte er mich veräppeln. Dann wird es halt Räder. Entschuldigt bitte. Okay. Und da haben wir zwei Tender, also zwei Versorger, Torpedoboote, leichte Kreuzer. Äh, zwei, vier, sechs. Meine Hilfskreuzer. Wülfing von Ditten ist da der Kommandant. Die Admiral Graf Spee. Ist das Langstor für nichts? Ne. Admiral Scheer. Nein, Graf Spee heißt sogar so. Das ist Admiral Graf Spee. Alles in Ordnung haben. Admiral Scheer. Also, das sind unsere Kreuzer der Deutschlandklasse. Zwei U-Boot-Flotillen. Küstenflieger Gruppe 106. Und dann noch die Baltische Flotte mit den alten Schlachtschiffen. Ähm, Schleswig-Holstein und Schlesien. Schleswig-Holstein hier als Schulschiff. Wir bekommen, ich weiß, wir bekommen noch ein Event, wo wir noch die Hessen, glaube ich, und irgendwelche anderen alten Schiffe kriegen. So, dann haben wir im Bau hier noch die Admiral Hipper. Das ist ein schwerer Kreuzer. Und da können wir eigentlich gleich die Schwester auf Kiel legen. Die ist sogar schon zur Hälfte gebaut. Drei Zerstörer. So, dann gehen wir jetzt mal zurück in unsere Forschung. Happy Cruiser Curl. Die Frage ist, wozu mache ich das? Nur um mein... Ops, sorry, ich bin ins Mikro gestoßen. Nur um mein Engineering zu boosten. Kann nicht sein, oder? So, das ist, äh, das ist nicht so geil. Cruiser Halschelb Optimization. Aber auch da ist. Bin ich mir nicht sicher, was, was, ähm, das bringt, wie viel haben wir denn, Cruiser Practical? Naja, das ist nicht gut, ne? Aber woher soll's kommen? Was bringt uns das denn? Kann nicht sein. Installing part-proferable Cruiser is just, äh, half of success when it comes to building warships that is fast and maneuverable to ensure that designing capable screws and rudder is necessary. Light Cruiser. Warte mal, ah. Daher weht der Wind. Ich schätze mal, hier fehlt das denn jetzt, ne? Genau. Heavy Cruisers. Ja, ja. Muss lower than two. Und dann gibt's eine neue Klasse sozusagen, ne? Da, gehen wir mal auf Capital Ship. AP Munition. Ähm, da, äh, gehe ich doch mal von aus, dass das Pocket Battleship, dass das hier nachträglich debufft, ja? Ja, also, dass es nicht fix ist, anders als jetzt hier sowas, ne? Haben wir 15 Zentimeter Carish Secondary. Capital Ship. Was ist das für Schlachtschiffe? Battleship Technologies. Das ist quasi alles hier für, und das genauso. Gibt's ja nicht auch noch Kreuzergedöns irgendwo? Layout. Layout 1. Was ist das? Aber das ist alles für Schlachtschiffe, ne? Also, für Kreuzer wirklich das 1 ist nur dieses, dieses Forschungsfeld hier. Ja. Okay. Dann würde ich doch sagen, wir forschen mit Hochdruck. An Cruiser File Control Computer. Check. Cruiser Vertical Protection. Kriegen wir das denn? Cruiser Damage Control Systems auf jeden Fall. Cruiser Bulkheads Layout, Cruiser Halt Shape. Light Cruiser nicht. Cruiser Armour Fickness. Also, die Frage ist jetzt halt, versuchen wir einen neuen Kreuzer-Typ zu bauen, äh, zu entwickeln, möglichst schnell und auf geht. Ich würde sagen, ja. Was sagt ihr? Wir brauchen, es fehlt uns. Cruiser Halt Shape Optimization. Cruiser, 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 Cruiser. Halt Shape Optimization. Wahrscheinlich diese drei Dinger. Cruiser, Screw, Screws and Rudder und das so. Das ist auf, ah, das ist sogar noch niedriger, warte mal. Cruiser ist at least 2. Heavy Cruiser, lower than 3. Das ist ja gar nicht. Aber es müsste passen. Cruiser Engine and Boilers, Screws, Engine and Boilers. Doch, ah ja. Heavy Cruiser Armament. Das muss da nicht mit rein, oder was? Okay, also ich vermute mal, das reicht jetzt hier, wenn ich das richtig verstehe. Gerne auch da mich korrigieren. Wir sind auch schon wieder viel zu drüber. Der Basti hat jetzt die ganze Zeit hier laut gedacht. Aber, das muss auch mal sein. Einen können wir noch machen. Einen können wir noch machen. Und da würde ich gerne ein bisschen an den Twin Engines hier basteln. Medium Fuel to Engine Armament. So, nee. Engine Airframe, so. Okay. Gut, dann sind wir durch. Ich hoffe, euch gefällt das so, wie ich das mache und euch da mit in meinen Kopf nehme. Ansonsten, ja, ich werde nächste, nicht, dass das jetzt hier noch länger geht, ich werde dann nächste Folge zu Beginn mal ein bisschen erklären, wie ich mir die generelle Struktur dann in der Vorkriegszeit auf jeden Fall vorstelle. Nächste Folge machen wir Produktion, die Folge drauf, dann Politik und Intelligence und dann wird auch mal die Zeit hier angeworfen. Also, sobald ich die Produktion dann eingestellt habe, lasse ich auch die Zeit laufen und dann, ich werde dann nicht jede Minute hier ingame auch als LP hier veröffentlichen, sondern eher so Zusammenfassung, wie ich das strukturiere, werde ich euch dann in der nächsten Folge sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin der Bastille, ich bin hier raus.